Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. Darf ich töten? Ja, wir sind gerade dabei uns den Rahmenpass hochzukämpfen mit unserer schicken kleinen Armee. Scheint wenigstens jetzt auch Ruhe vor den Untoten zu haben, die durch die Höhlen gekommen sind. Das aber auch ein bisschen unpraktisch ist, weil unsere Leichensammler jetzt nichts mehr zu sammeln haben. Aber ja, mit 70, knapp 70 kampfstarken Trollen sollte das eigentlich kein Problem sein. Uns hier durch ein paar Untote durchzubolzen. Und ja, hier gibt es ein Dunkelhilfenmonument mit sehr viel... Was ist passiert? ...den Gebäuden. Mal gucken, ob wir durch die Gehäuteten hier, wenn wir sie alle getötet haben, das Level abkriegen, dass wir die bessere Dunkelhilfenrohne benutzen können. Zeit zu sterben. Wäre nur cool, wenn ein paar mehr kommen würden. Ja, das finde ich besser. So, euch zwei auch mal. Dann könnt ihr ein bisschen Belagungsschaden machen. Was wollen die? Ah ja, die Gehäuteten... Äh, Mototen, die geben wenigstens gut XP. Was ist? Äh? Die sollen weggehen! Jo, da war es Stufe 18... Äh, 38 sogar. Ähm... Geschicklichkeit 80, das sollten wir jetzt hier kriegen. Und als nächstes brauchen wir noch... Fettigkeit... Äh, Stärke. Okay, das heißt, wir könnten theoretisch jetzt einen besseren Bogen benutzen, ja? Da sollten wir das auch tun. Ich glaube, ich habe meine Lebensschuld beglichen, Runenkrieger. Ich verlasse euch jetzt. Fast, Tom, wartet auf mich. Ja. Und wir können jetzt... die Dunkelheilf-Node einsetzen. Achtung! Was ist passiert? Wo kommen die her? So. Geht's los? Also ja, wir haben hier sehr viele Dunkel-Elfen-Gebäude, eigentlich. Was sagt die Aufgabe? Verlichtet die untote Armee in der Fassung und nimmt das Monument in Besitz. So haben wir gemacht, dadurch sollten wir jetzt die Tore aufgehen, denke ich mal. Oder? Wer hat den Gegenangriff ab? Ja. Was? Wie? Aber ansonsten ist ja nix zu... Hört auch das. Ich habe hier auf jeden Fall Züchter und eine Pilzfarbe und eine Haukslage gesehen. Wir merken das eigentlich bei uns aus mit Rüstung. Und wir sehen das eigentlich bei uns aus mit Rüstung. Nur für 36 Ja, hätten wir auch eine passende Hose dafür 34 Aber muss ich sagen, rüstungsmäßig sind wir jetzt da nicht so viel besser wie mit dem hier Vor allem haben wir die ganzen Resistenzen noch drauf Da kommen sie Und rettet gegen eine Wand aus dem Turm Wo kommen die her? Wo kommen die her? Okay, wir haben noch Einen Was denn? Was ist passiert? Was wollen die? Verschwindet! Und noch jemanden Verschwindet! Darf ich töten! Aber ganz ehrlich, Wo ist denn? Ich bin jetzt hier Was? 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 Ich muss nagerzüchten. Was? Wie? Was ist? Also ja, dadurch, dass wir jetzt hier richtig Eisen produzieren können... Verschwindet! Eine Schmiede habe ich nicht. Die sollen weggehen! Wo kommen die her? Die sollen weggehen! Okay, Eisenstäbel verliere ich auch gerade. Aber die sind jetzt wirklich so sehr das Problem. Oh, die Schule der Zerstörung habe ich auch. Wo ist meine Keule? Obwohl ich den Baum dann dafür glaube ich gar nicht habe, oder? So, wir haben den Agriff abgewährt. Wenn ihr deinen Weg in die Festung sucht. Soll ich dir da gegeben, um da eine Möglichkeit in die Festung zu gelangen. Geht es die dritte Festung einzunehmen. Hier werdet ihr euch einen eigenen Zugang suchen müssen. Ja. Was ist? Aber ja, soweit ich weiß, die Schule der Zerstörung... Äh, habe ich die hier schon sortiert? Ja, habe ich. Die Schule der Zerstörung besitze ich noch nicht. Auch interessant. Könnt ihr hier übrigens noch Schattenflügler... Ja, kommt. Noch mehr nutzlose Nahkampfeinheiten. Außer die Schattenflügler werden mal Fernkämpfer, was lustig wäre. Meister? So, noch fünf in den Onyx-Schrein. Also ja, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Ruhe zu verkaufen. Außer Akta. Aber ich nehme mal an, für die nächste Fässer müssen wir dem Drakon hier helfen. Okay, Schattenflügler. Was? Wie? Besitzen Mana. Ich habe aber keine Ahnung, was genau... Was ist? Sie für... Was denn? Unicid. Also nehmen wir sie als Nahkämpfer. Alles, was ihr wünscht. So. Theoretisch könnte ich die Troll-Armee irgendwann durch eine dunkle Krambeer setzen. Was denn? Geht's los? Ja, vorwärts. Äh, ups. Folgt mir! So. Mir bitte folgen. Hier sind jetzt auch wieder Höhlen, wo Gegner theoretisch rauskommen könnten. Warten wir erstmal, bis sie sich alle durch diese Tore geschlängelt haben. Ja genau. Hauen wir erstmal die alle um. Unser Freund der Riese steht immer noch in seinem Lager und frisst sich wahrscheinlich den Wanst voll. Zeit zu sterben! Zeit zu sterben! Also ja, da sollte kein Problem mehr sein gerade. Ja, einfach mal Forschung, ne? Noah macht uns stärker, Meister! Noah macht uns stärker, Meister! Und das hier braucht jede Menge Arian-Forschungen. Oh, hier könnte jetzt gleich ordentlich was rauskommen. Wo kommen die her? Zeit zu sterben! War das jetzt zwei Aufgänge? Achtung! Was wollen die? Also zwei Höhen? Ja, da kommt es hin. Wo? Werf mich? Ich muss aber sagen, wir schlagen uns recht gut hier den... W-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko. Scheiße! Mmmh! Hm? Vielen Dank.